Darf ich dich was Persönliches fragen? Okay. Wieso versteckst du dich so? Ich fühle mich einfach nicht so wohl unter Leuten. Aber ich denke, du solltest dich etwas mehr herausfordern. Du magst sie, oder? Naja, wir verstehen uns richtig, richtig gut, weißt du. Mach den ersten Schritt. Sei nicht so lahm. Wenn du jemals Sex haben willst, dann mach den ersten Schritt. Wir trinken Bruderschaft. Und dann küssen. Clara? Clara? Ich bring sie um, Pete. Wovon redest du, Mann? Wissen Sie, ich hab schon mehrmals mit der Polizei gesprochen. Ich arbeite nicht für die Polizei. Ich arbeite für Claras Familie. Soweit ich weiß, haben Sie Clara als Vermisst gemeldet. Sie haben ausgesagt, dass Sie nichts zu tun hatten mit Ihrem Verschwinden oder dem Zustand Ihres Körpers, als er wieder aufgetaucht ist. Das ist korrekt. Unterbrechen Sie mich, wenn das, was ich jetzt sage, Sie verunsichert. Aber ich habe Probleme, das zu glauben. Was willst du mit deinem Leben machen, Pete? Du wirst lachen. Ich würde gern die Welt zu einem besseren Ort machen. Du wirst du mit deinem Leben machen. Ich würde gern die Welt machen. Vielen Dank.